Der monatliche Hörspiel-Podcast von und mit Ola von der Heid und Martin Stelzle. Der neue Orcas ist da mit dem alten Programm, das heißt, wir werfen erstmal wieder einen Blick in die Zukunft und da wir uns ja jetzt aktuell im Hörspielmonat Mai befinden, ist das der Hörspielmonat Juni. Hey, wir besprechen jetzt, was im Mai kommt, weil wir sind ja jetzt entweder Ende April oder Anfang Mai, weil wir so spät sind, beziehungsweise den alten Orcas zu spät waren. Ich bin ja auch einen Monat voraus gerade schon irgendwie. Eben, genau. Ich mach mal das Licht an, ich seh nämlich auch nicht mehr so gut. Siehst du? Machst du genug Kerzen. So, guten Tag. Habt ihr Licht? Ich seh jetzt irgendwie viel mehr. Ja, wir haben Licht. Ja, guck an. Mehr Licht. Berühmte letzte Worte. Das war gar nicht sein letztes Wort noch. Nee, vor allen Dingen meint er was anderes, glaube ich. Richtig. Über Bordemeyer, gell? Ja, ja. Der Schiller. Erdisch. Und sein Schiller. Genau. Wieso? Dann, nach dem Vorausblick kommt, wie immer, der Rückblick in den Hörspielmonat. Letztes Jahr wirklich der April dann? Ja, genau. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche Reste zusammenkratzen. Und dann, letzten Monat hat es ja leider nicht geklappt. Gucken wir mal, vielleicht können wir noch was ans Gedöns dranpappen in Sachen, ja, wir sprechen mit jemandem. Genau. Mal gucken. Mit uns will keiner mehr sprechen. Nee, nicht wirklich, ne? Naja. Das ist schlimm. Vielleicht sollte man irgendwie so Figuren uns ausdenken. So mit verständlicher Stimme dann einfach irgendwelche Leute nachmachen. Du denkst dir jetzt zum nächsten Mal bitte eine Figur aus und ich interviewe dich dann. Ja, genau. Irgendwie der Profi. Ja, das ist gut. Dazu machen wir das. Das ist eine ganz brandneue Idee, ja? Ja, das hat man auch. Funktioniert bestimmt. Ja. Super. Titel. Achso. Dieser Auerkast hat einen Titel, der auch wieder wunderschön ist und du liest ihn vor. Ich soll ihn jetzt vorlesen. Okay, der Titel lautet Gordon Bleu, die neuen Fälle, kein Chihuahua für Chinchikagawa. Genau. Ja, du darfst das Ganze jetzt schreiben. Viel Spaß. Ja, ich google das erst mal. Derweil könnte ich ja schon mal sagen, so was am Umklapp kommt. Mist. Warum fängt das denn mit dem Umklapp? Ich weiß es nicht. Ich hatte schon im letzten Auerkast noch gesagt, dass es im nächsten Monat direkt mit dem Umklapp losgeht. Kann sein, ja. Hast du wieder vergessen. Ärgerlich. Es geht etwas sehr Gutem los, was wir auch schon mehrfach euch ans Herz gelegt hatten, nämlich um 0.05 Uhr am Montag, den 1. Mai, gibt es ein Hörspiel im Deutschlandradio Kultur und zwar von Serotonin Buddenbräuß oder die Angst der Mittelschicht vor dem Abstieg. Ein WDR-Hörspiel aus 2011 und ja, wie gesagt, hatten wir euch schon mal vorgestellt und das solltet ihr euch doch dringend anhören. Ja, unbedingt. Wenn ihr Lust habt auf ein unterhaltsames Kinderhörspiel, dann solltet ihr am 1. Mai um 14 Uhr bei NDR Info den zweiten Teil von Gespensterjäger auf eisiger Spur hören. Den gibt es nämlich dort. Der erste Teil läuft am 30.04. Wenn man ein bisschen schnell sind mit dem Umklapp, dann kriegt ihr vielleicht den Tipp auch noch mit. Also die Teile am Sonntag und Montag jeweils bei NDR Info um 14 Uhr. Dann gibt es auch am 1. Mai um 14.05 Uhr im SWR 2 den zweiten Teil von Die Unglaublichen Abenteuer des Barnaby Brockett, ein Hörspiel nach John Boyne, WDR-Hörspiel aus dem vergangenen Jahr und ich habe es mittlerweile auch gehört und ich bin total begeistert von diesem Ding. Ich fand das so toll, das ist so eine tolle Geschichte. Ich war, also hin und weg ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich war sehr, sehr angetan, mir hat das irrsinnig gut gefallen. Ich fand die Geschichte einfach, das ist so eine tolle Geschichte. Das ist ja schon eine Fabel letztlich im Endeffekt und die hat aber so, so schön krasse Noten, was ich bei Kindergeschichten immer toll finde, weil Kinder halt irgendwie auch so sind, dass man da jetzt nicht so ganz vorsichtig und so ultra pädagogisch vorgeht, sondern dass das wirklich am Anfang eine schwer krasse Geschichte ist einfach, die dem jungen Barnaby passiert und er dann dieses völlig durchgeknallte Abenteuer erlebt, wo er auf total schräge Menschen trifft, die halt allesamt irgendwie freaky daherkommen und das ist so schön bunt und hat so schön viele Ecken und Kanten und ist so toll inszeniert und ich fand das ganz, ganz toll. Mir hat das irrsinnig gut gefallen. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Fand ich wirklich ganz toll. Guck an. Ja, also. Also mir hat es ja auch gut gefallen, aber du bist ja richtig begeistert. Ich war schwer begeistert. Elektrifiziert. Genau das. Ja. Weil man auf so eine tolle Idee kommt, einfach, ja eben, wie du es auch schon gesagt hast, wie diese Sache mit dem Schweben, weil das einfach so, so abseits von jeglicher Vorstellung ist, aber eben trotzdem beinhaltet, dass man was Besonderes ist und deswegen gedisst wird und das ist einfach, das ist so eine tolle Idee einfach und weiß nicht, ganz wundervoll. Gut, ja, wie gesagt, also dann habt ihr zumindest fast zwei durchdringende Empfehlungen dafür, also hört es euch an. 1. Mai, 18.20 Uhr müsste das sein, SWR 2, gibt es den zweiten Teil der Ursendung von König Reich der Dämmerung, das Hörspiel von Stephen A. Huli und in der Regie von Leonard Koppelmann. Könnt ihr dort erstmals hören. Und um 18.30 Uhr im Deutschlandradio Kultur gibt es wieder Bibelprojekt Nummer 4, Tower of Babel von Robert Wilson, bitteschön. Ja, am 1. Mai um 19.05 Uhr gibt es bei WDR 5 Kira K. das Hörspiel Norbert Nackendick von Michael Ende. Das Hörspiel mit originellerweise Helmut Kraus als Norbert Nackendick, dem Nashorn. Ja, also die Story ist ganz nett, wobei ich euch da doch empfehlen würde, die CD zu kaufen, die nämlich beim DRV erschien, weil da nämlich hinten als B-Seite quasi eine weitere Michael Ende Geschichte drauf ist, und zwar die Geschichte von der Schüssel und vom Löffel, so heißt sie, die ist grandios. Also da fällt der Norbert Nackendick fast ein bisschen hinten runter. Das gibt einen gewaltigen Schlag. In dem Fall, ja. Ja, also wie gesagt, es läuft leider nur der Norbert Nackendick im Radio, aber auf der CD ist, wie gesagt, noch eine wesentlich bessere Story drauf. Ja, wesentlich besser, aber eine sehr, sehr gute Story im Vergleich zur nur guten Norbert Nackendick Story. Dann um 20.10 Uhr gibt es im Deutschlandfunk ein Hörspiel, nämlich Schwarzlicht von Marianne Martin, eine SWR-Produktion aus dem vergangenen Jahr. Ja, die wir euch auch schon vorgestellt haben. Dafür gibt es aber auch eine Ur-Sendung bei SWR 2 am Dienstag, den 2. Mai um 23.03 Uhr. Da gibt es das Audio-Art-Hörspiel zwischen 29 Lautgedichte von Jan Jelinek. Jo, dann ein Hörspiel, das wir euch, glaube ich, schon mal wärmstens empfohlen haben. Wenn nicht, seht es uns nach, dann tun wir das jetzt nochmal. Das gibt es um 20 Uhr am Mittwochabend auf NDR Kultur. Da gibt es nämlich mal wieder Der Demokratie die Krone aussetzen. Das klingt sehr verschroben. Von Bob Conrad, den kennen wir vielleicht noch von, nicht Hänsel und Gretel, wie heißt die? Ja, ja, die wahre Geschichte von Hänsel und Gretel. Doch, die wahre Geschichte von Hänsel und Gretel. Und Rainer Remmler, eine Koproduktion von Raumstation mit dem RBB aus 2008. Die Idee dahinter ist einfach nur grandios. Und zwar, das ist eine Fake-Doku, wieder, also, ist einfach ein schönes Format. Wenn man das gut macht, das funktioniert einfach sensationell. In diesem Fall ist es tatsächlich so. Und zwar stellt man sich im Endeffekt die Frage, wie es denn mit der Demokratie in Deutschland steht. Ob denn das Volk überhaupt noch Demokratie will oder ob man sich auch was anderes vorstellen könnte. Wie zum Beispiel so eine Art Monarchie wie in England. Und dazu bräuchte man halt einen, ja, einen Adligen, der quasi der, ja, der Chef des Landes werden soll. Es gibt in diesem Hörspiel einen, nämlich den Rudolf-Ferdinand-Prinz von Preußen, der sich selbst in der direkten Nachfolge des letzten Monarchen Deutschlands quasi sieht, so in einer Linie, und der diesen Job gerne machen würde. Deswegen zieht er quasi durch die Lande, begleitet von einem, ja, ich weiß nicht, es ist ein Radioteam, also die das eben dokumentieren, und fragt quasi die Leute auf der Straße, ob sie sich das vorstellen könnten, dass er quasi, ja, der Monarch in Deutschland werden soll. Und, ja, nicht so ganz erstaunlicherweise, aber doch erstaunlicherweise, ist eine Vielzahl der Leute sehr angetan von der Idee und hält das wirklich für eine gute Idee. Okay, insofern, also dieser Grundausgangspunkt der Geschichte ist schon sehr faszinierend, aber was dann daraus gemacht wird und wie dieses Ding nach und nach kippt, ist einfach nur großartig. Und viel mehr will ich da echt nicht verraten, einfach nur, dass das ganz krasse Züge annimmt und sehr, sehr spannend wird und sehr entlarvend wird. Und es ist einfach ein ganz tolles Stück. Und scheut euch nicht von diesem Format, denn das hat es wirklich in sich und das solltet ihr ganz, ganz dringend hören, weil das ein ganz tolles Ding ist. Ja, würde ich mich dann voll inhaltlich anschließen. Fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, dann einen Krimi gibt es am 3. Mai um 20.05 Uhr bei Bayern 2 auf der Suche nach Chad Baker von Bill Moody. Auch das hatten wir euch im letzten Jahr schon mal vorgestellt. Könnt ihr ja dann auch nochmal einfach draufklicken bei uns im Blog. Jo, dann gibt es auf 1 live um 23 Uhr am Donnerstagabend Der Putsch, ein Hörspiel aus Bottrop von Sebastian Büttner. Eine WDR-Produktion aus dem vergangenen Jahr. Ja, in der Hauptrolle Wolfgang Wendland von den Kassierern. Entsprechend ist das Hörspiel auch. Man kann sich das vorstellen. Obwohl es nicht ganz so schlimm ist, wie man vermutet. Aber das ist schon sehr annaschig und sehr wild und sehr, sehr unterhaltsam. Aber hatten wir euch auch schon vorgestellt. Ja, 5. Mai, 19.04 Uhr bei WDR 3 gibt es das Hörspiel Miss June Ruby. Auch das hatten wir euch schon vorgestellt. Das Ganze ist von Theresia Mora und ist eine NDR-Produktion aus 2006. Jo, dann eine Ur-Sendung. Gibt es im SWR 2 am Freitagabend um 22.33 Uhr. Nämlich den zweiten Teil der Duckworth-Trilogie. Mr. Duckworth wird verfolgt. Ein Hörspiel nach Tim Parks. Eine SWR-Produktion. Dann springen wir, da Freitag ist, in den Handel. Und da gibt es einiges Neues. Und es fängt auch gleich sehr vielversprechend an. Mit der Folge 6 von Fallen. Die da heißt Labrax. Und die das Ende der ersten Staffel bildet. Ja. Und riesen Vorfreude. Oh ja. Dann gibt es den allmonatlichen PIDAX. Und den gibt es eben auch am Freitag. Und das ist dieses Mal ein WDR-Kriminalhörspiel. Tödliche Proben von Thomas Andresen. Von Thomas Andresen hatten wir schon ein, zwei Hörspiele, glaube ich, bei PIDAX. Echt? Also wir hätten ja jetzt nur was von den WDR-Krimis gesagt. Aber das kann natürlich. Moment, ich kann ja gucken. Du kannst das schon mal erzählen. Ich gucke mal. Also erstmal, das ist ein WDR-Hörspiel aus 1979. 1979, in dem geht es um ein Krankenhaus. Und genauer um einen Chefarzt, in dessen direktem Umkreis, wenn man so will, Patienten über die Wuppa gehen. Und das rückt in den Fokus durch einen, ja, ziemlichen Zufall. Denn die Mutter einer Journalistin ist im Krankenhaus eben auf dieser Station und verweigert die Einnahme von Tabletten, nimmt diese Tabletten aber mit nach Hause und verabreicht sie ganz streng nach der Verpackungsbeilage ihrem Mann zu Hause, der eben nicht nur ein ähnliches, sondern ein Herzleiden hat, für das das Medikament eigentlich gedacht war. Kurz darauf ist dieser Mann tot und natürlich steht die Frau unter Mordverdacht. Ja, aber der Journalistin kommt das alles extrem spanisch vor und sie forscht eben nach und kommt eben im Endeffekt hinter ein, ja, übles, sehr, sehr übles Gestrüpp aus Pharma-Lobbyisten und Klinikpersonal. Und ja, es ist halt ein ganz übler Sumpf, den sie da letztlich dann nach und nach aufdeckt. Und daraus zieht auch das Hörspiel tatsächlich die große Spannung, weil es einfach ein sehr interessanter Plot ist, auch für die damalige Zeit, finde ich, 1979 schon. Und so ist das ein sehr spannendes Hörspiel tatsächlich, in zwei Teilen. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen, vor allem natürlich für jemanden, der so im Bereich Klinik-Krimis gibt, sowas. Die Kruhls, genau. Die Kruhls quasi in moderner, wenn man so will. Und mit einem moderneren Plot dann eben auch. Wobei ich tatsächlich überreicht war, dass das von 1979 ist. Also ich habe es erst gehört, bevor ich dann irgendwas dazu gelesen habe. Ich hätte gedacht, es wäre sogar noch älter, weil es hat so eine, es hat so von der Erzählweise so eine angenehme 60er Jahre Atmosphäre. Also gerade der erste Teil hat mich so irgendwie so, ja, so eher an die 60er erinnert. Wegen Ruhl vielleicht. Das kann natürlich sein, dass man da durch die Klinik-Atmosphäre vielleicht da so ein bisschen hingelenkt wurde. Will ich nicht ausschließen. Aber ich fand das auch tatsächlich einen interessanten Kniff, dass man quasi die Auflösung schon am Ende des ersten Teils hat. Da denkt man ja, was wird denn jetzt noch viel kommen? Aber das gelingt dann immer noch, den zweiten Teil total spannend zu machen. Und da hat er ganz viele Hintergründe, an die man überhaupt nicht im ersten Moment denkt, dann auch zu präsentieren. Das fand ich total clever. Doch, ein schöner Klinik-Atmosphäre. Also man kann also, theoretisch könnte man auch den ersten Teil hören und das als fertiges Hörspiel genießen. Ja. Ja, wirklich sehr, sehr unzerhaltsam. Jo, dann. Ich habe geguckt übrigens. Natürlich. Fünf Männer mit Maske. Holy shit. Das ist ein Fäsen, ja. Oh ja. Tatsächlich. Bombenstark. Ich kenne doch von ihm die WDR-Kriminalhörspiele, die es bei ihm gab. Ein typischer Mörder. Das habe ich aber, glaube ich, nur einmal gehört. Das ist so eins von den hinteren. Und Pech mit Porzellan. Ah ja, das kenne ich auch. Den kennt man noch. Und noch einmal wie vor 18 Jahren. Den kenne ich auch noch. Ja. Ja, weil die waren so ein bisschen in der ersten Reihe, die noch erschwinglich sind. Ja, du hast ja alle. Ja. Irgendetwas muss ich ja auch haben. Dafür hast du die Ampelmenschen. Aber nicht komplett. Ja. Hätte ich aber gern. Das ist so schräg. Rotkohl und Grünwurst, sage ich nur. Wenn sich die Ampelmenschen, wie auch immer das geht, per Walkie Talkie unterhalten. Das kann, das funktioniert nicht. Lass sich manchmal keine Gedanken machen. Nein. So, dann zu einer Box, die beim Audio Verlag erscheinen wird. Nämlich auch am 5. Mai, am Freitag. Und zwar Migré und Co. die rätselhaftesten Fälle. Und da ist drin die Pfeife des Kommissars Migré, die DRS-Produktion aus 1953, Migré und der Minister, wieder DRS 1958, die Schwarze Kugel, Co-Produktion von SWF und WDR aus 1963, die Brüder Rico, SWF-Produktion aus 1957 und die Ehe der BB-Dange. SWF-Produktion aus 1955. Also, Rolle Schinken? Ja, ich glaube, da habe ich auch nicht jeden von. Migré bin ich zwar ziemlich komplett, aber so der eine oder andere fehlt mir, glaube ich, da noch von. Ja, springen wir ins Radio zurück. Und zwar auf den Samstag, den 6. Mai um 14 Uhr. Da gibt es bei Ö1 ein Hörspiel. Heinrich Vorname Hauptfeldwebel. Das hatten wir euch ja auch vorgestellt. Das Hörspiel von Robert Weber. DRS-Produktion aus 2014. Und wie das bei Ö1 so möglich ist, dürft ihr das Ganze auch da sieben Tage lang nachhören. Dann wird Miss June Ruby wiederholt. Im WDR 5 gibt es das Ganze um 17.05 Uhr am Samstagabend. Ja, dann Freunde mit jungen Ohren aufgemerkt. Samstag, 6. Mai 18.40 Uhr gibt es bei SWR 2 eine Ursendung. Den Auftakt eines mehrteiligen, ich glaube insgesamt sind es vier Stück, Hörspiels von Martin Gülich. Und zwar heißt das Ganze Der kleine Herr 1 und der erste Teil mit ungefähr 20 Minuten Laufzeit ist dann, wie gesagt, am 6. Mai um 18.40 Uhr zu hören. Martin Gülich, die Älteren erinnern sich, die Umarmung war. Oh ja, oh ja, hervorragend. Und irgendwas einem Kinderhörspiel kann. Ist hoffentlich nicht so verstört. Ja, sehr schön, ja. Dann ein ganz, ganz tolles Hörspiel, das ich mittlerweile auch gehört habe. Dass es am Samstag im Kira-Card geben wird, 19.05 Uhr im WDR 5. Nämlich Morée et Morée's Simple. Ein wirklich grandioses Stück. Eine SWR-Produktion, die bei Hörkomponie auch auf CD erschienen ist. Über den ja geistig zurückgebliebenen Simple und seinen Bruder, seinen größeren Bruder. Ja, die quasi mehr oder minder auf sich allein gestellt in einer WG unterkommen und dort für ziemlich viel Chaos und aber auch für sehr viel gute Laune sorgen. Und im Endeffekt ist das letztlich so ein bisschen so ein Abenteuer-Hörspiel, das aber wirklich ganz, ganz toll ist. Total zu Herzen geht, aber eben nicht auf die Tränendrüse drückt, sondern ja, so ganz, auch wirklich auch so ganz frisch und simpel daherkommt. Wie der Titel schon im Endeffekt sagt. Genau, und dann auch nicht diese Berührungsängste da transportiert, die man oft so hat und man denkt, man muss da, also das geht ja schon politisch auch nicht immer korrekt zur Sache. Das fand ich schon ganz gut, dass es halt so ein ganz normaler Umgang da erzählt wird und ja, würde ich euch dringend empfehlen. Ganz tolles Stück, ja. Ja, dann am 6. Mai gibt es um 20 Uhr bei SF2 nochmal das Hörspiel Verfluchtes Licht von Lukas Holliger zu hören. Das Ganze könnt ihr dann auch downloaden. Das ist eine neue Krimi-Produktion in der Regie von Marc Ginzler. Die lief schon bei SF1 im April und wird jetzt als Zweitsendung dann im Mai nochmal zu hören sein und dann auch zum Download, wie gesagt, zur Verfügung stehen. Das ist eine neue Reihe, die SF jetzt macht mit ganz vielen Kriminalhörspielen, die da noch kommen und werden. Und das war quasi der Auftakt dazu. Das Ganze heißt Verfluchtes Licht und wie gesagt, gibt es beim SF. Parallel gibt es im Deutschlandfunk um 20.05 Uhr das Hörspiel des Monats Februar zu hören, nämlich Coldhaven von John Burnside, die SWR-Produktion mit Klaus Bullert am Regiepult. Ja, ich habe es tatsächlich gehört. Du hast dich getraut, ein Bullert-Hörspiel zu hören? Ich habe mich auf ein Bullert-Hörspiel mal einlassen können, nachdem ich im letzten Monat ja so riesen Erfolge mit das Schloss gefeiert habe bei mir. Also es steht ja ganz hoch im Kurs. Naja, es hat mich tatsächlich interessiert, weil es halt Hörspiel des Monats geworden ist. Und ja, tatsächlich ist das gar nicht mal so übel. Also zumindest, was das Inszenatorische antritt und die Erzählweise. Die Erzählung selbst hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Gradlinigkeit erwartet. Allerdings darf man bei John Burnside da wahrscheinlich auch nicht allzu viel erwarten, was das betrifft. Der ist halt sehr poetisch und sehr verschwurbelt unterwegs und das ist halt einfach so. Aber die Atmosphäre, die da transportiert wird, ist wirklich gut. Also sowohl die Atmosphäre von der Inszenierung als auch vom Text her, wie man erzählt. Es geht um Coathaven, ein Küstenstädtchen in England oder beziehungsweise in Schottland. Da ist ein junges Mädchen verschwunden und jetzt wird quasi in diesem Hörspiel aufarbeitet, wie es zu diesem Verschwinden kam. Und dieses Mädchen taucht auch immer wieder als Stimme, als sphärische Stimme auf und bildet so quasi den Rahmen um diese ganzen einzelnen Aussagen, die da getroffen werden. Das hat mich so von der Atmosphäre, die transportiert wird, so ein bisschen an Broadchurch erinnert. Allerdings ist die Erzählung natürlich bei weitem nicht so Mainstreaming, wie man das im Film halt umgesetzt hat. Aber tatsächlich hat mich das von der Atmosphäre total gefesselt. Das hat mich selbst überrascht, weil die Story an sich überhaupt nicht so richtig an mich gehen wollte. Also man hat das gehört, aber das hat einen inhaltlich wenig gepackt. Aber wie gesagt, die Atmosphäre, die da transportiert wird, hat mit dieses Hörspiel, also ich konnte da auch oder wollte auch nicht damit aufhören. Also das war schon ein bisschen ein merkwürdiges Erlebnis. Also ich kann zum Teil zumindest nachvollziehen, warum das Hörspiel des Monats geworden ist. Aber meine Begeisterung ist zum einen Teil nur sehr gedämpft und nur auf die Inszenierung her. Da würde ich sagen, das ist wirklich schön geworden. Interessant. Hat man das jetzt verstanden, würde ich sagen. Ja, hat man ja klar. Dann gibt es wieder ein WDR-Kriminalhörspiel zu hören am Samstag um 21 Uhr im NDR Info aus der guten alten Goldmann Primo Reihe. Nämlich die Nummer 32, der weiße Lotos. Tos? Genau. Das Radiohörspiel heißt der weiße Lotos und auf CD oder beziehungsweise auf Kassette ist es als der weiße Lotos. Das ist echt witzig. Merkwürdiger. 6. Mai, 21.03 Uhr bei SWR 4 gibt es eine Ur-Sendung und zwar ein Hörspiel von Katrin Hildebrandt. Freundschaft, das ist wie Heimat. Dieses Hörspiel ist von Güter Maurer inszeniert worden und könnt ihr bei SWR 4 vielleicht sogar downloaden, aber zumindest auf jeden Fall nachhören. Dann gibt es am Sonntag frühmorgens um 7.05 Uhr wieder was für die Kleinen auf MDR Kultur zu hören, nämlich Flo und der Zahnvampir von Lena Hach. Die MDR-Produktion aus 2015 hatten wir euch schon mal vorgestellt. Ist ein ganz nettes Ding. Auch vorgestellt hatten wir euch schon das, was um 8.05 Uhr beim Deutschlandradio Kultur läuft und zwar das Hörspiel und Dinosaurier gibt es doch von Willis Hall. Dann eine Ur-Sendung am Sonntag. Um 14.04 Uhr gibt es im HR 2 das Hörspiel Otto, der Großaktionär von Gisela Elzner. Eine HR-Produktion. Ja, um 14.05 Uhr, also parallel dazu, gibt es auch nochmal das Hörspiel Simpel als Wiederholung zu hören, das Hörspiel von Marie-Roth-Morin. Jo, und dann, das hatten wir das letzte Mal schon angekündigt, am Sonntag um 15 Uhr geht es los im BR 2, eine Ur-Sendung, nämlich mit Sitara, Land der Sternenblumen. Das ist der erste von vier Teilen und heißt Lichte Höhen und die Geschichte ist von Karl May, BR-Produktion. Dann springen wir zum SF2 Kultur, da gibt es auch eine Ur-Sendung. Um 17 Uhr gibt es das Hörspiel Geister sind auch nur Menschen von Katja Brunner. Das ist eine Neuproduktion, die da erstmals zu hören sein wird und wir haben sie schon hören dürfen. Es geht da um ein Altersheim, in dem die Menschen, die dort als, wie sagt man denn beim Altersheim, Bewohner, Bewohner sagt man, die als Bewohner da sind und vielleicht tatsächlich sich nicht mehr so artikulieren können. Und denen gibt Katja Brunner quasi hier eine Stimme und lässt sie von ihren Erlebnissen beziehungsweise von ihren Empfindungen quasi erzählen. Also es ist ein Chor aus mehreren Stimmen, aus mehreren Versatzstücken. Es wird keine direkte Story erzählt, sondern es geht halt tatsächlich mehr so, dass das, was der Einzelne erlebt, in kurzen Sequenzen wiederzugeben. Da quasi so ein Abbild dieser Bewohnerschaft, was sich vielleicht nicht immer in verbal artikuliert, sondern nur durch, was man vielleicht nur so spürt, was die Menschen erleben. Und das ist zum einen recht interessant, es hat auch wieder das Problem, was wir oft bei Radiohörspielen hatten, dass man so eine grundsätzlich gute Idee hat, die dann vielleicht aber nicht eine volle Stunde trägt. Also hier war es auch so, nach einer halben Stunde hatte ich so das Gefühl, ich hätte jetzt alles schon gehört und dann kam auch nichts mehr wesentlich hinzu, wo ich sagte, das ist immer so ein bisschen schwierig. Klar will man ja möglichst viel reinpacken, um ein möglichst breites Bild zu geben und wenn mich das Thema richtig packt, dann ist es ja auch gut so. Hier war ich nur so bedingt angetan davon und insofern war ich nach einer halben Stunde eigentlich schon, war so mein Hörgefühl gedacht, da wäre ich eigentlich schon satt gewesen. Aber höre selbst, wie gesagt, es läuft erstmals am 7. Mai um 17 Uhr bei SRF 2 Kultur und steht dann auch anschließend zum Download zur Verfügung. Jo, parallel gibt es was Mundartiges im Nordwestradio um 17.05 Uhr, nämlich Jümmer Mattes von Gunda Wirschun, eine Koproduktion von RB und NDR aus 2005. Ja, und noch eine Uhr Sendung und nochmal parallel und zwar 17.05 Uhr gibt es bei WDR 5 das Hörspiel Eines Tages hörte ein leises Rauschen von Matthias Abel in der Regie von Annette Kurth. Und darin geht es um ein Abbild der heutigen Gesellschaft. Wie leben heute junge Menschen in einer Generation, die vielleicht so ein bisschen anders ist wie alle anderen Generationen davor. Wobei das ja auch nicht stimmt, jede Generation hat so ihre Eigenschaften. Und hier, die wird halt so ein bisschen runtergebrochen auf bestimmte klischeehaften Eigenschaften. Fand ich zum einen sehr nett, aber es hatte auch wieder so einen leicht kunstkackerigen Anstrich, der mir so gerade am Anfang nicht gefallen hat. Das wird dann erst tatsächlich ein bisschen besser, als es so ein bisschen griffiger und so ein bisschen diese Klischees hervorgekramt werden. Das war dann ganz unterhaltsam, hat mich ein bisschen an Reinhard Krebes, reich mir mal den Rettich rüber erinnert. Da wollte es aber irgendwie nicht bleiben. Also es wollte auch nicht auf diese humorige Schiene gehen, was ich da ein bisschen schade finde, weil da hätte ich, ich glaube, dem ganzen hätte so dem Thema täte Ironie ganz gut. Aber man versucht es halt auf die ernsthafte und die künstlerisch wertvollere Schiene und das kann klappen. Also für meine Begriffe hat es nicht richtig funktioniert. Also mich hat es nur eher, nee, nur kann man nicht sagen, sondern einfach eher weniger begeistert tatsächlich. Und ja, ich kann euch empfehlen, hört selbst, ob ihr eine andere Meinung habt, aber mich hat es tatsächlich nicht überzeugt. Um 19.04 Uhr dann am Sonntag gibt es im WDR 5 Kiraker ein kleines Feature zu hören, nämlich aus der Abenteuer- und Wissen-Reihe, die wir ja sehr, sehr schätzen. Das Feature ist von Viviane Koppelmann, die wir auch sehr schätzen, ist ja bei Headroom erschienen und zwar 2015, nämlich Graf Zeppelin, das Wunder von echter Dingen. Da freue ich mich schon drauf, das habe ich nämlich tatsächlich auf CD nicht mitbekommen. Ich glaube, das habe ich auf CD bestimmt irgendwo. Ja, 8.05 Uhr, 0.05 Uhr, das ist ein Unklapp. Ja, stimmt. Ja, dass ich den noch machen durfte. Da gibt es mal wieder ein Hörspiel zu hören, was wir euch auch schon vorgestellt haben und zwar Kontrollierter Sinkflug von Schauplatz International, ein Hörspiel aus dem vergangenen Jahr. Jo, zum Montagnachmittag 14 Uhr im SRF 1 gibt es das Hörspiel Helvetistan von Michael Herzig, eine SRF-Produktion. Ja, das ist auch wieder ein Krimi aus dieser Reihe, die man jetzt angestoßen hat. Ja, dann gibt es nochmal den Graf Zeppelin zu hören, der läuft auch nochmal am 8. Mai um 17.04 Uhr bei WDR Piraka. Und nochmal eines Tages hörte er ein leises Rauschen um 19.04 Uhr am Montagabend im WDR 3. Ja, und die Wiederholung gibt es auch von Sitara, Land der Sternenblobe, Teil 1, Lichterhöhen um 20.03 Uhr bei Bayern 2. Und um 21.05 Uhr im Nordwestradio nochmal Jümmermattes. Für die Freunde der etwas härteren Musik kannst du vielleicht gerade mal 1, 2, 3, 4 sagen. 1, 2, 3, 4! Genau. Das Hörspiel Wishes läuft am 9. Mai 19.04 Uhr bei WDR 3 und das könnt ihr auch anschließend downloaden. Das Ganze ist von Tom Noga und Vera Noga. Es geht um die Sexpistols. Dann gibt es eine Ur-Sendung am Dienstagabend um 19.20 Uhr im SWR 2. Mutti und ich heißt das Hörspiel von Marietta Schwarz. Ist eine Eigenproduktion aus dem Jahr 2016, 2017. Dann gibt es am 9. Mai um 20.10 Uhr beim Deutschlandfunk ein Hörspielmagazin. Und zwar eine Extra-Ausgabe des Hörspielmagazins. Und zwar erstellt man das Hörspiel Horchposten 1941. Post Potschluf. Ich kann es nicht vorlesen. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Es ist ganz viele Buchstaben drin, die irgendwie nicht irgendwie hintereinander sollten. Pots, Lutschi, Wanya. Genau. Chinchigagawa. So heißt es. Und das wird in den nächsten Tagen dann auf euch zukommen. Und in dem Hörspielmagazin Extra am 9. Mai um 20.10 Uhr könnt ihr da schon mal reinlauschen. Jo, am Dienstagabend um 23.00 Uhr auf 1.00 live gibt es dann Wishes nochmal zu hören. Und dann springen wir gleich zum Mittwoch um 21.00 Uhr im NDR 90.3 gibt es Jümmermattes nochmal zu hören. Und am 10. Mai um 21.30 Uhr gibt es beim Deutschlandradio Kultur. Es heißt jetzt Deutschlandfunkkultur. Da muss man sich auch langsam mal umgewöhnen. Deutschlandfunkkultur. Eine Ur-Sendung Kunkels Kunst. Heißt das Ganze. Ist von Patricia Görg. Ja, ist eine Ur-Sendung. Bin ich mal gespannt. Patricia Görg sagt mir gar nichts. Doch, sagt ja auch was. Ich gucke auch was. Okay, guck mal. Ich erzähle derweil, dass es noch eine Ur-Sendung gibt im SDR 2 am Donnerstag um 22.00 Uhr 3. Das Hörspiel Innenhof von Clemens Setz. Okay, Patricia Görg ist unter anderem die Unkontaktierten. Weißt du, ob du das gehört hast? Nee. Trotz Fahrt im Leichenwagen. Es bleibt spannend. Ein Wahlabend. Ah ja, okay. Das war das letzte. Okay, das kenne ich. Dann springen wir zum... Ne, hast du schon? Donnerstag? Ja, ist schon durch, ja. Der Donnerstag ist schon längst vorbei. Gut, dann gehen wir halt zum Freitag. Was soll's? Freitag, 12. Mai, 19.04 Uhr bei WDR 3 gibt es Agnes und ihr Kind. Ein Hörspiel von Friedrich Bestenreiner und Erwin Koch. Auch das hatten wir euch schon vorgestellt. Und das könnt ihr jetzt, wie gesagt, bei WDR 3 nochmal hören. Puh, das ist schwere Kost. Ja. Aber richtig gut. Dann am Freitag um 20 Uhr im SRF 1 gibt es das Hörspiel Bergwasser von Sabine Altamatt im SRF 1, habe ich schon gesagt. Im SRF 1 gibt es das Hörspiel Bergwasser von Sabine Altamatt. Ja. Und um 22.03 Uhr gibt es als Ursendung dann den Abschluss der Duckworth-Trilogie. Mr. Duckworth sammelt den Tod. Ja, dann. Es ist ja Freitag, also wird auch was im Handel erscheinen. Und zwar geht's los bei der Winterzeit mit Edgar Wallace löst den Fall. Das geht auch sehr zügig. Schon die Folge 3, der schwarze Armenbrust-Schütze. Geschichte ist von Dietmar Kügler. Dann gibt es auch eine neue Folge, der Geist der Schucker, die Folge 69, die Nacht der Giganten. Ah, freu ich mich ja schon wie Bolle drauf. Dann gibt es auch eine neue Folge. Jetzt Santiago zieht es mir als Schmidt. Er spricht bestimmt den T-Rex. Den T-Rex, garantiert. Eine neue Folge, Kati und Azuro, gibt es auch. Der letzte Beweis, wir sind schon bei Folge 16. Oder es gibt auch Morgan & Bailey, wo wir schon bei den Duos sind. Folge 8, die letzte Ölung. Die kommt aber bei Contendomedia aus. Was ist das denn für ein Cover? Kein schönes. Sehr merkwürdig. Ja. Ja, dann Freude, Freude. Es gibt auch eine neue Folge Twilight Mysteries am Freitag, den 12. Mai. Ja, das Duo Steinhardt schlägt wieder zu. Folge 6, Kregula. Da freuen wir uns doch. Ja, dann nehme ich doch gerade den nächsten Unklang mit. Ja, ich weiß, ja. Ja, Radio. 13. Mai, 0.05 Uhr beim Deutschlandfunk. Die Fabrik von Martin Heindl. Das Hörspiel, was wir euch im letzten Jahr schon bejubelt haben, das könnt ihr dann nochmal hören. Dann gibt es Agnes und ihr Kind nochmal zu hören am Samstagabend um 17.05 Uhr im WDR 5. 18.40 Uhr bei SWR 2 gibt es dann den zweiten Teil von Der kleine Herr 1 von Martin Gülich. Dann eine Ur-Sendung am Samstagabend um 19.05 Uhr im WDR 5 Kiraka. Ein sehr lustiger Titel. Das Hörspiel Erik, das Mörderhörnchen von Max Urlacher und Angela Lucke. Hoffentlich nicht verwandt oder verschwägert mit Bernd. Ach so, genau. Ja, 13. Mai, 20 Uhr bei SWR 2 Kultur gibt es den ersten Teil des Hörspiels Keins Opfer zum ersten Mal zu hören. Das Ganze ist von Alfred Botenheimer und das ist nicht nur eine Ur-Sendung, sondern die könnt ihr auch im Anschluss downloaden. Ja, dann im Hörspielmagazin ist es ja schon angekündigt worden. Da kommt es zu Ur-Sendungen im Deutschlandfunk am Samstagabend 20.05 Uhr. Horchposten 1941, Post Putschliwania, den ersten Teil. Das Ganze ist von Jochen Langer und, ach aufgemerkt, Andreas von Westfalen. Das ist ja immer ein Name, der eigentlich für was Besonderes spricht. Ich bin gespannt. 13. Mai, 21 Uhr, NDR Info, gibt es eine Ur-Sendung eines Krimis. Und zwar heißt das Ganze Die Wahrheit und ist von Melanie Rabe und Regie und Bearbeitung hat Sven Stricker. Oh, fein, fein. Dann am Sonntag, den 14. Mai, wieder was für die Kinder. 7.05 Uhr im NDR Kultur, das habe ich, glaube ich, auch schon gehört. Nämlich Zwergnase von Wilhelm Hauf, eine Umsetzung des Rundfunks der DDR aus 1977. Ja, du bist ja der, der alle DDR-Märchen gehört hat. Ja, genau, richtig. Ja. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Keine Ahnung. 8.05 Uhr beim Deutschlandradio Kultur am 14. Mai gibt es dann auch ein Hörspiel. Und zwar Wecke niemals einen Schrat von Wieland Freund. Das Hörspiel hatten wir euch auch vor geraumer Zeit schon mal im Orkast vorgestellt. Und wie gesagt, könnt ihr auch immer im Blog nachhören. Jo, dann am Sonntag um 14 Uhr im NDR Info gibt es den ersten Teil des Hörspiels Der Junge, der Gedanken lesen konnte von Kirsten Boje. NDR Produktion aus dem vergangenen Jahr am Regiepult Hans Helge Ott. Ja, und habe ich tatsächlich auch gehört und fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Der Junge, der Gedanken lesen konnte, ist ein Junge, der in ein neues Haus zieht. Das ist Valentin. Valentin kommt ursprünglich aus Kasachstan. Dort ist er mit seiner Mutter weggezogen, weil sein Bruder dort ums Leben kam. Und die Mutter das nicht mehr ausgehalten hat, ständig auf derselben Strecke zu sein und ständig über die Brücke zu fahren, wo der Sohn runtergesprungen ist. Und sie flieht nach Deutschland, nimmt einen Job in einem Supermarkt an, arbeitet quasi Tag und Nacht und hat eigentlich überhaupt keine Zeit mehr für den Sohn, der sich etwas selbst überlassen ist. Und wir ziehen jedenfalls jetzt in eine neue Wohnung. Und ja, er versucht sich da in dem Wohnblock zurechtzufinden, trifft einen Freund, einen türkigstämmigen Jungen. Er trifft auf einem naheliegenden Friedhof ganz seltsamen Menschen, die aber sehr, sehr schrullig und liebenswert sind. Aus diesen Begegnungen entspinnt sich plötzlich ein Kriminalfall. Und da gerät ein Freund von Valentin, also ein neuer Freund, der auf dem Friedhof als Gärtner arbeitet, ins Zwielicht. Zumindest bei Valentin. Weil Valentin hat so die dumpe Ahnung, dass hinter einer Verbrechensserie dieser junge Mann steckt, der eigentlich total nett ist. Und ja, aber Valentin denkt, er muss sie jetzt unbedingt ermitteln und schnappt sich seinen anderen Freund und macht sich auf die Suche. Und die kommen natürlich hinter das Geheimnis, was hinter diesen Verbrechen steht. Und auch sonst gibt es sehr, sehr viele schöne und auch sehr tragische Verknüpfungen. Das fand ich richtig gut. Und das mit dem Gedankenlesen ist tatsächlich nur so eine Randerscheinung, die im Hörspiel nur an ein, zwei Stellen eine Rolle spielt, die eigentlich ein bisschen merkwürdig ist. Weil man erklärt nicht so richtig, warum Valentin diese Gabe nicht nutzt, um dieses Verbrechen aufzuklären. Oder nur zuteil nutzt. Aber wäre wahrscheinlich das Hörspiel so schnell vorbei. Aber er nutzt es zumindest, um einige sehr, sehr schöne Hörspielmomente reinzubringen. Eine schöne, schöne Momente dieser Story zu transportieren. Und das fand ich dann wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr bewegend. Und das hat mir an dem Stück richtig gut gefallen. Die Abenteuergeschichte gibt es obendrein. Wahrscheinlich für die Kinder, für uns Erwachsene gibt es dann den sehr netten, in Anführungszeichen, Schmus am Rand. Das klingt gut. Ja, dann um 14.04 Uhr am Sonntagnachmittag im HA2. Ein sehr schönes Hörspiel mal wieder von Dunja Anassos. Nämlich der richtige. Hatten wir euch schon vorgestellt. Habe ich mittlerweile auch gehört und fand es faszinierend. MDR Produktion aus 2016. Ja. Dann könnt ihr nochmal Erik das Mörderhörnchen hören. Das läuft auch nochmal um 14.05 Uhr bei WDR 5 und im Kiraka. Jo, dann gibt es den zweiten Teil von Sitara Land der Sternenblumen am Sonntagnachmittag um 15 Uhr im BA2. Titel Insel der Heiden. Ja, und den zweiten Teil von Kein Opfer. Das gibt es auch direkt nach dem ersten Teil am Samstag. Gibt es das Ganze am Sonntag, 14. Mai, 17 Uhr bei SF2 und natürlich im Anschluss auch zum Download. Und um 18 Uhr im MDR Kultur das Verspiel T-Burn von Ian Levinson. Von dem war, ich komme gleich drauf. MDR Produktion aus 2015. Betriebsgedingt gekündigt. Oh, das war hervorragend, ja. T-Burn fand ich jetzt also nicht ganz so stark wie Betriebsgedingt gekündigt. Es ist da auch wieder bitterböse und sarkastisch und ganz, ganz viel bissig Zynismus und ganz viel Humor drin. Aber ja, so ganz kommt das Ganze nicht so in den Fluss, wie das Betriebsgedingt gekündigt war. Aber wer was Überraschendes und Gutes mag und bitterböses mag, der soll hier auf jeden Fall mal zuhören. Weil das ist allerdings nicht, es wirkt am Anfang wie ein Krimi und man freut sich dann schon drauf. Aber das ist dann total eine Randepisode eigentlich nur, beziehungsweise ist der Plot gar nicht mehr so das Wichtige, sondern das, was drumherum passiert, ist eigentlich, ja, was das Hörspiel ausmacht. Und deswegen wirkt es so ein bisschen, als ob es sich in die falsche Richtung entwickelt. Aber höret selbst, das Ganze, wie gesagt, läuft um 18 Uhr bei MDR Kultur. Jo, am Montag gibt es dann um 8.40 Uhr beim MDR den Start eines Mehrteilers, eine Ur-Sendung, nämlich Lutherland, den ersten Teil, eine Geschichte von Lorenz Hoffmann, eine MDR-Produktion aus, natürlich 2017, in dem es um Martin Luther geht, der... Glaublich. Ja, glaubst du es nicht. Der, also in heutiger Zeit, quasi von einem Schauspieler dargestellt werden soll. Finde ich eine sehr interessante Idee. Als PR-Gag quasi. Ja, es ist ein Zehnteiler, läuft dann jeweils an den Wochentagen um 8.40 Uhr. Dann, wer sich das ausrechnen kann, das geht dann 14 Tage lang. Ja, 15. Mai, 20.03 Uhr gibt es bei Bayern 2 dann nochmal den zweiten Teil von Sitara, Land der Sternenblumen, Insel der Heiden. Genau, mit Heldenheiden. Ich brauche die Brille. Und noch eine Ur-Sendung, und zwar am Montagabend, Krimi-Termin, 21.30 Uhr im Deutschlandfunk-Radio, nee, Kultur-Dings, wie heißt, Deutschlandfunk-Kultur. Deutschlandfunk-Kultur. Das ist irgendwie, das passt auch hin und her. Das ist noch nicht, das geht noch nicht in Fleisch und Blut über. Da brauchen wir noch ein paar Orchester für. Ja, auf jeden Fall, das Hörspiel Hausbesuch gibt es da. Eine Ur-Sendung, ein Hörspiel von Thomas Fritz, Deutschlandfunk-Kultur-Produktion. Das ist ein Gestolper. Am Regiepult Beatrix Akers. Wir sind schwer gespannt, denn da tummeln sich Namen wie Ulrich Nöten, Thomas Thieme. Joa, das könnte doch was werden, denke ich mal. Ja, bin ich doch noch sehr gespannt. Joa, das ist ein Gestolper.